Das Auto sieht super aus. Wie mal Frau. Und der ist Gewinner des goldenen Lenkrads. Klein und süß. Das ist der Gewinner von der Leserwahl, Auto-Motor-Sport. Der hat im Vergleichstest, Auto-Straßenverkehr, die Konkurrenz total versägt. Und, aber warte mal, du hast mir gestern noch was erzählt. Ja, es war der Sieger im Vergleichstest der Autozeitung. Dann hat er die Autotrophäe gewonnen. Und der Sieger ist aber im Vergleichstest der Autobild. Der Ding macht Lernen. Aber du brauchst die Karre auch. Hey! Für den Wagen ist alles. Und Platz ist auch genug.